Hi ihr Lieben, ihr könnt doch bestimmt, mach dieses Buch fertig. Und nachdem ich mich um die Einleitungsseiten gekümmert habe, habe ich mich entschlossen, diese Aufgabe als meine erste zu nehmen. Und zwar schließe deine Augen, verbinde die einzelnen Punkte miteinander. Das habe ich mit Acryl-Mackern gemacht. Danach sahen meine Hände genauso aus wie das Buch, kunterbunt. Die zweite Seite, die ich mir ausgesucht habe, war mit Klebeband vollkleben nach irgendeinem Muster. Da habe ich dann mein Washi-Tape rausgeholt. Davon habe ich nämlich eine ganze Menge. Und dann habe ich einfach die Skizze, die ich vorher angefertigt habe, den Kopf einer Frau mit dem Washi-Tape vollgeklebt. Stück für Stück. Später habe ich noch mir eine Pinzette zur Hilfe genommen, weil es dann doch ganz schön fusselig war. Aber ich bin mit dem Endergebnis total zufrieden. Hier nochmal beide Seiten. Und wenn es dir auch gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und dann? Und dann?